ja hier willkommen mein name ist an juli und spiel zurück zuletzt based aus battlefront 2 ja das volk haben wir ein paar mal angriff gespielt jetzt sehe ich hier ist noch eine 59 minuten zeit und singen mit einem helm mit platz zu liegen um 1000 trade zu bekommen und das will ich also spielen wir ein festes schocken aber gemerkt hatte ich nicht so weit entfernt bin bei ein meilen stein und ja das wird so ein ding sein in diesem spiel ich meine eventuell werden wir sowieso alle dinger bekommen aber trotzdem wenn dann auch schon irgendwie ein ziel setzen durch ziel aus hier die ganze nicht die gegend rennen geht doch nicht mit boba fett scan fähigkeit soll ich irgendwie noch ein paar mieten aufdecken geht auch wieder eine kiste oder geld oder irgendwie so hat und da kann man ja mal machen oder ja nee ok und ich muss ja mal gucken ob ich irgendwie dings bekomme kristalle oder kriegt man die auch nur deswegen 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 will ich das hier zu machen da ist doch perfekt der schon geht es braucht blaster kills also machen wir da wir sind schon auf verlieren das ist auch gar nicht das ist gleich zurück schlagen dieser pferd nicht mal aufhören irgendwie matches einzusteigen die wir schon am verlegen da kommen wir 13.000 wenn man dann dagegen bezahlten war okay wenn gar es mal einkommen da von look weggeschnitzelt und anscheinend ja wir werden sie uns mal überleben fähigkeit einsetzen okay so kriegt man auch irgendwann gehen wir mal lernen man sind ja nicht mehr da drei minuten lang von dafür dass fähigkeit fokussierte gut betroffen sein weil ich am stück immer wir einsetzen strand von kashiro kashiro so war es kann schießen okay ich wollte schon sagen nach vor dem dreck lando wir noch von den zehn sekunden ja mein cape ich kann mich an lande überhaupt nicht erinnern im film hatte der auch irgendwie so so ein helden irgendwie charakter im spiel mein gott war da ihr bock noch am leben jetzt überhaupt hier bei uns jetzt wir ignorieren mich alle sehr gut erster ein keller war zehn blaster kills aber gewinnen oder verlieren ist mir ehrlich gesagt jetzt vollkommen egal also ich krieg mein ding ist hier mein erfolg also mein geld wir haben schon wieder bin ich gut irgendwie nicht alle auf mich gezielt haben den linden eine verteidiger mal weg willst du gehen willst du ich habe ein blaster ich bin super ist man müssen der weg gerannt jetzt habe ich noch erlebt ich bin das ziel auch so ich habe keine ahnung was jetzt gerade passiert ist wenn wir nicht nur gesehen wie darf darf man weg gerannt ist und dann habe ich nur noch blog noch schläge gesehen bin durch die gegend geflogen also chill doch mal da hat er wieder erschossen ich bin das nächste ziel und bloß mehr kommen er schützt mich die idee weg solcher eigentlich machen wenn er auf mich los geht ja krieg bin ich wenn ich selber um machst du jetzt überhaupt abgezogen die haben gut wir haben den als erstes erledigt bevor die mich erledigt haben sehr gut dann dann renn weg man ich bin schon wieder als nächstes ziel müssen wir auf den armen rette mich also noch also ok gut wenn ich jetzt fragt wer was auch man auf mich immer als zieht so markieren nicht so also sagen moment hat ihn so viel aus um ein bock auf den mist ich bin schwer nächstes ziel ich bin erledigen mann weil auch nicht jemals die zum markieren ich habe keinen bock auf dem ist weil das ist echt schlecht weil ich mir vollkommen gar nicht aber gewinnt schon wieder wenn ich das hier wenn wir auf den armen ich will nicht beschützt mich bleibt bei mir ja ja wenn wir sind wir da auf morgen mich erledigt hat war das ok egal ja natürlich der top player wieder wow ok merkels anscheinend ich nehme meine punkte die ich so sammeln werden den dingen ist ungewandelt dadurch sie jetzt gar nicht mehr tägliche diesmal habe ich mir wenigstens gemerkt wenn ich angefangen habe aufzunehmen ok wie hat man fett genommen noch mal ein heidel heidel haben wir sagen wir die super starken sind jetzt weg was hat sie ein wort für fähigkeiten kann auf gegner nähe überspringen impuls kanone dass wir werden für maximalen schaden aufgeladen da könnte auch nicht schlecht sagen ja hier lieber die heilung aber was soll man machen sagt er wieder ewig bisher jemand reinkommt nicht impuls kanone irgendwie besser in der laufzeit mehr zumal gesundheit also nachdem ja damit ja damit es war 6 verflucht und den grad neben zwei spieler die ganze tagzeit einer e2 captain lich was lich falsch geschrieben ich noch irgendjemanden ja wo ich was auswisten kann zwar mehr gegner im bürger peter schaden erhöht weniger schaden durch blaster wunder um denn die daumen gegangen ist ich auf den geschossen soll öfter kairo renn hier spielen solche sachen sind gut höherer wirkt bereich mehr schaden also gute effekte hatte ich gar nichts was mal gesundheit ja dann bin ich ja aufleveln außerhalb von wenn ich davon nicht viel gebraucht man aber jetzt spiel ich einen fest schocken also ein teil der dauer auch deinen verbündeten an dann ist doch mal richtig gut ich habe da wäre schon automatisch dagegen immer einen leckeren zeitraum wenn er nicht benutzt wird okay so noch ein paar kills verdammt hat mir jetzt noch bei mir die helmchen truppe die sind die lichtschwert truppe warte mal wir sind okay ich wollte ja maul an war muss schon sagen wir gar kein lichtschwertkämpfer ach so ja stimmt mal schön ja ich glaube wir sind falsch abgebogen ja keine chance wenn man schild aktivieren geht nicht man kann so losgehen also versuch meinen ruinen auf den einsetzen ging irgendwie nicht jetzt stand ab oder hat sich mal den haufen baller lassen oh gott ja ja lebt mich natürlich aus wenn ich genau vor denen stehe jetzt bist du dran ja komm oh gott naja macht jemand fertig ihren geistertrick bei mir angewendet schon gewundert das spiel schon wieder am lenken da ist der kleine frucht zwerg hilft mir ich schaffe es die ganze zu überleben ich die krise hat er die überlebt die ganze zeit hier wenn immer jemand töten wenn wir uns auf den ersten platz da gibt es einfach nicht geht das dieser ist einfach abgauen gehen schon ja war es jetzt reich dieser kleine fruchtswerke wir schaffen wir jetzt hier die ganze zeit nicht zu verrecken wie schafft ihr es hier die ganze zeit zu überleben ich kriege aber doch mehr entfernt trupp bleibst du da fängst hier hier würde wo ist unser eigentlich wie schaffen wird eigentlich die ganze zeit überleben danke oh mein gott wo ist unser die ganze zeit gewesen wir haben wir die ganze zeit überlebt da muss man sogar erledigen leiden ist eigentlich auch nicht schlecht als charakter wieder aber fett ist weit wird anscheinend war kein bug als letztes mal jetpack nicht funktioniert hat also war doch ein bug also wir sind jetzt nicht ab warum gehst du eigentlich auf mich los ich erzähle du müsstest hier abhauen verdammt ja genau das passiert dann ja also irgendwie davon ja 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 also muss abhauen wenn es allerdings bis ja 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 tschüss da ist er mich auch besuchen oder der große chewbacca weiß ich war irgendwie unangebracht oder hallo eltern warum nicht ich kann nicht schlecht habe oder was ich irgendwie noch gefährlich aber dabei in einigen von dem irgendwie aufs ruin oder wat afk meine ich die will auf mich bist du bist nicht von dem schnapp durch den ja habe ich dir manchmal oh gott nein aha okay ich bin nicht mehr als sie glaube ich nur so gut wenn ich vorher verrecken bin ich gar nicht mehr erziehe ja wir gehen ja dann geht er eigentlich auf mich los also muss wegrennen du idiot man schon hat wenn du verlierst hat die runde vorbei ist verstehen wie deren logik nicht punkte kriegen wir wieder ja wie ein ding wenn von einsatz auch in die meisten punkte bekommen ja das war nicht gut ich habe chewbacca gesehen aber hängen wir habe ich nicht realisiert da ja der ist ja unsere einer unserer feinde war ein kill noch kommt ja wo ist sie ja schon wieder im letzten moment abgeraue ich irgendwie rockig voll als boah fett kann das sein man kommt da irgendwie hin und irgendwo ja doch sofort ab wenn ich da reingehe da fangt sie ein so weit bloß nicht wo ist das auch immer du bist was ich nenne egal ich weiß nicht ob ich meinen erfolg schon bekommen ab mit dem zinkel ich glaube schon aber trotzdem machen wir weiter ja ich schaden captain lich war ein gesichtesvolles und glitschen mal die punkte für credits dort ja gerade begonnen kein desintrigationen wofür ich das bekommen also okay also nur blenden guck mal da war es drei soviel dazu ich habe nichts mehr ich habe eine stunde zeit also wir haben halb zwölf gerade wenn ich vor mitternacht ok macht sind da ist wahrscheinlich eine tägliche mission und 12 muss ich neu ja mein ziel erreichen sonst verwaltet sich meine kutsche wieder ein kürbis irgendwie sowas wird aber hat war gut mit boba fett nicht schon gerne im ersten teil gesteuert der liegt mir anscheinend hier auch weil er viele offensiven sachen raketen schießen dann kann er noch mal raketen schießen gegner sehen das auch nicht schlecht also der ist schon eher so mein playstyle und er kann fliegen also wenn ich mal sehen das wird nichts kann ich abhauen meiner von uns hat noch keinen körper gewählt gehabt ja schon wieder fast der jemalschen trug okay ich nicht okay das ist nicht geschlecht ich versuche gleich etwas dummes ich wollte schon sagen mal ein vater da geht er hin noch mal lenkt ihn hier hin ich habe ihn damit erledigt weh denn das mehr den was schon sagen da war nicht ich mein gott erscheint einem das leben einfach da oben ist er die platt das ist eigentlich jetzt hier wieder die meisten kills mit jester das geht meine zehn kills heute noch da wird man machen wir jemanden kaputt ja genau deswegen wo ist die wir ganz die aus den augenfall erne ich finde jetzt eine jede sinne ein ganz kirchen ich habe fast mal so ein bonzen name irgendwie weil schon wieder die folge das ist vom namen ja ich habe mich verdammt online ja 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 den ich überhaupt schon verrägt gerade in letzter zeit er ist auch noch im leben oder okay noch nicht ich bin das neue ziel war natürlich wieder richtig geist heim ok nein das gebe ich mir jetzt nicht noch mal mein gott die welt nach den aus aber dann kommt mischcon na verdammt ich will nicht na jetzt sind wir von einem verlieren wieder alles klar ist mir egal aber ich werde sowieso genug krebs gleich haben für eine kiste ich werde fast nein hilf mir da die ohne leg von darf wer das licht schwert nicht von darf weder darf wer das licht schwert kommt schon hat es war man sind wir nicht so am verrägten lief doch noch halbwegs gut vorhin ja noch keine chance das licht jetzt nur noch auf die weißt du willst uns da rein lenken er geht nicht immer ein bisschen zurück bleib mal bei mir leute wo war ich dann gerade so weg gehauen also noch den kaputt bevor ich kaputt geht nein leute für handsom handsom rennen wo das darf hin zum sagen aber er hat ja kein darf ich habe ja ein darf titel nur den weiß man nicht in der luft aus der hoher die normalen granate du verteidiger gehen wir ein bisschen weiter weg kann sich dauernd immer hier mitten ins kreuzfeuer gehen muss weg rennen wir nicht überschützen verdammt stehst du das nicht weil das hier jetzt passiert annäherung screen ist eine andere fähigkeit von ihm oder wie dreck ich komme jetzt aufs leaderboard irgendwie glaube ich weil sie nicht er ist nicht tot sonst bleibt ja auch die drauf brauche ich sie überhaupt nicht verstehen wir haben voll irgendwie die oberhand gehabt am anfang und dann haben wir als match voll aus den händen geholfen versteht nicht ja gerade verdammt weil es hier passiert wenn eigentlich gewinnen müssen finde ich ein dritter aber auch mal was ne werde ich dieses bild das werden wir wahrscheinlich nicht sehr schnell wieder blaster gehen immer noch 20 minuten und ich werde verdammt noch mal noch durchziehen scharf schützen fähigkeit hat diese fähigkeit leckt mich jetzt ein paar mehr bekommen weil ich habe da kann ich nicht als ding starten was ja schon sagen ich brauche fett joda und luke wir packen hat weil es sagt für ein einzelner schluss der gegner im wirkensbrächt benommen macht okay macht also keinen schaden okay die keinen schaden mach ich das ding an hallo wenn dann überhaupt macht es schaden werden er für sachen die finde ich auf jeden fall sehr gut die fähigkeit dann können andere auch den die leute sehen wird vielleicht liegen langsamer verbrauchten herrsch haben in der arketen selber einsetzt während er mit seinem jetpil fliegt die gesamtzahl der raketen wird erhöht cool h ich kehre nach hause zurück alles war er könnte ein bisschen schwieriger werden weil wir haben auch alle blaster meiner von dem ist lande nein tschüss wo ich sehe wir dahin schon jetzt wissen ja dichter bin woher könnte ich eigentlich einen guten vorteil haben habe ich schnell hier verpieseln aber was macht die fällig oder den online ich habe hier heim vorteil weil wollt ihr eigentlich immer so viele dinge ich muss mich hier verstecken vor denen die man hat richtig die spielen ja richtig aber ich kann eigentlich in auch gerade also macht die kalt ah macht die platz war leute laser gehirn hat blaster gehirn blaster gehirn so jetzt kann ich ganz viel blöd hier ist das denn jetzt kann ich wie blöd hier auf euch losballern ich bin auch ein untergefallen hau ab ja gerade gesagt ich bin ein vater also hahn jetzt geht das schon wieder los so einer weile ich dann bist du wenn ich gegen mich kämpfen dann bist du ich bin das ziel sogar gewesen hey ich krieg so die krise ich hoffe ja flawless victory aber man hat mich nicht schon ab seelisch da schaut es dir keiner irgendwie die helden zwei liegen oder was ist auch nicht wie wir kids haben werden erst fast genauso wie wie nicht aber noch vier kills da machen wir haben dort jetzt so lange wie sich wo ich vorne weit sie identifiziert voll auf der weit auf geld kopf geld kopf geld ja 1 gegen 1 kann man jemand auf die warum ist hier eigentlich in ihm ich bin der einzige der auf die ball hat wo sind die andere dürfte die ganze zeit friedlich durch die gegend die krise macht ihr eigentlich da ja super schützt mich jemand super wenn ich eine sekunde bin ich da ziehe und schon mein geld kreis ja da kommt so schon wieder haha was jetzt was machst du jetzt wir haben trotzdem den punkt geholt so jetzt machen wir die punkte kommen wir machen hat wie im letzten match vor haben verlieren und dann singen und normen gewinnen der meck wird hinzielt mit hat ja gerade gesagt oder ich habe feiert die jahre gerade ja ja Und dann geht's. du hast die verhandlungen mal aggressive verhandlungen herr ober fetter versteht auch von politik ok jawoll wenn ich mich bitte nicht mich das ganze ziel dabei war aber ich bin das nächste ziel soll ich frecken naja das mal lieber ist nicht schon hat ich das ziel bin ja ich weiß ja meine strategie er geht auf den los wo ist ja einer niemand okay wird schön hier weit entfernt das spiel ist raus dann schon wieder der eine typ hier hat auch nach einer mehr gefressen kann sein oh gott dachte ich würde runter fallen jetzt aber und schon umzingelt hier anderer wäre er ja wenn er da noch ist noch besser ein super ja was soll denn ja die franken kommen ja verdammt er ist auch da gefallen auch wie viel schaden hat macht nicht viel anscheinend am punkt verloren ja auch schon ja so kann jetzt hier verfügbare seiten heißen war schon wieder hat ich mache den platzmann genauer macht die platte da oben hier noch macht die platte naja ich bin auch unter gott warum bin ich hingegangen das war es gut nach ja war kacke jetzt hat die beiden aufgetauscht jetzt macht sie sich auch noch nicht lustig ernsthaft internet wieder abgestürzt geil muss ich jetzt mal wieder gucken ob ich das verbinden kann ja kann ich alles klar zeitliche mission habe ich geschafft sehr gut alles klar ich hatte anscheinend noch ein paar kids geholt gut ich habe mir noch die paar dinge ab und jetzt gucken wir mal untersammlung unter kisten wo man eine struppler kiste für 4000 ich war überhaupt nicht weder hat nichts von dem ds drinnen sogar was grünes war einfallsreich was macht hat ungewöhnlich weit also seine fähigkeiten am kürzeler zeiten nicht schlecht sieger pose und hier kriegt man herstellungsteil ja alles klar kontrollierter beschuss premierwaffen feuer hatte auch nicht schlecht gut ja kommen kommen wir auch noch warum nicht ja ich schade wenn ich mal wieder helden für das schokenspiel hier kriegt man die erstellungsteil ja ja ich werde 200 zurückbekommen okay schon sagen mehr basis maximal gesunde das sind doch sachen die ich haben will sogar gut wussten wir ja noch mal aus ein paar wenn ich ja lieber das hier mehr gesundheit warum soll ich das nicht ausrüsten so wie man ich auch mit schulter angepriziert die latzeiten da habe ich mit ihr eine sieger siegespose hier habe ich den ganz mehr schaden war normales dingen der abfang ja sehr gut weil ich ja gerade ausgerüstet und war ich nicht ich kann irgendwas hier hoch leveln warte primär war von feuerrat warum kann ich das nicht hochleveln bin doch ja karten stufe 5 ja ja ich kann mir nicht ja schummeln ich kann nicht eine upgraden und dann 5 erreichen schade mehr waffen feuerrate widerstand gegen primär der primär auf die gemeinzungen wendigkeit ist sie ja wäre ich lieber bei schaden primär waffen schaden da hat man ja noch alles das ist sowieso nie also soll ich noch irgendwas hier ja da will ich gerne abbrechen so kommt man also an die dinge langsam kriegt den dreher alles raus ich kann nicht zurück dann wären schon ja danke naja säurewerfer macht die gelben weg nachher sind schon wieder da okay dann ist ja gut für ihn hat irgendwas gutes sie wird bei sich ist egal wenn du vorerst erscheint sie nicht auf scanner und vorsacht höheren nahkommensschaden die deinen erledigten schaden das war nicht so dolle dinge alle deine fähigkeiten am kürzere ladzeiten habe ich den für fähigkeiten schockgranate verstärker herkommen gut gut sagen die gegner von raketenzieherfassung benötigen warum nicht ich nehme zwar sehr stark anländischen die dinge spielen werde aber gut gut haben wir auch gemacht alles klar würde ich sagen das war es für diesen part wieso blöd hat damit abgestürzt ist habe ich überhaupt jetzt das bekommen dafür ich glaube nicht mehr also als dann sage ich dankeschön für zuschauen wenn euch der park gefallen hat könnt ihr ja bitte ein like ein aber ein kommentar sonst irgendwas lassen dann sehen wir uns bis zur nächsten folge dankeschön fürs zuschauen und tschüss